Ja, meine Enkel, hey, Habe. Ja, was willst du? Ich will kommen einmal an Kebabplatte für 4 Euro. Ja, Mann, da ist schon wieder so ein Scheißkunde. Was, was? Was willst du? Erstmal eine, eine Kebabplatte für 4 Euro. Kebabplatte? 4 Euro? Das hier. Mit Pommes. Ja. Döner mit Zwiebeln? Warum ist es scheiß und teuer? Sei leise, Döner mit Zwiebeln. Nicht vernünftig, du Maniak. Ja, warum ist es schon ruhig? Döner mit Zwiebeln? Guck mal mein Bart an. Guck mal mein Bart an. Ich kuck mal mein Bart an. Mit Zwiebeln? Ja, mit Zwiebeln. Mit alles. Mit Zwiebeln oder was? Entspannung, hey. Ja, hier. Ja, was möchtet ihr trinken? Warum ist es scheiß und teuer, Habe? Warum ist es scheiß und teuer? Ja, Bruder, was, was? Nicht fragen, so, nicht fragen. Nicht fragen. 2,21, was reden. Kannst du weggehen, McDonalds? Kannst du Mecrube essen? Neu, nicht, nicht hier so. Ah, Mecrube, Schwein. Haram. Ja. Haram, Bruder. Was willst du haben? Was willst du haben? Was? Sassiki oder Cocktail? Cocktail. Wie, Cocktail ist teurer? Ja, Allah, beeil dich. Ist egal. Ich bin ein gut feiner Mann. Guck mal, mein Anzug. Ja, ja, ja. Immer rein in dein Gesicht. Sag, schmeiß nicht, du Kelp. Weiß, wie teuer das war. Ja, okay. Hier, deine Keberplatte. Hier, hier. Besser. Hier, deine Keberplatte. Was möchtest du zu trinken haben? Maniak. Ich hab gesagt, Chai, aber will ich nicht mehr wegen teuer, deswegen ein Cola. Cola ist lecker, will dir auch? Ja, eine Cola. Eine Cola? Warte, keine Salzbedienung? Ach, diese scheißen Pfanne. Ein Cola? Ein Cola, ja. Warum hast du zwei? Warum hast du zwei? Du hast zwei in den Gesicht. Du hast mir gegeben zwei, du verarschen mich, eh? Bruder, du verarschen mich, ich schmeiß deine Scheißen, eh? Bruder, wir müssen bezahlen. Bruder, mach nicht so. Bruder, mach nicht so. Was mach nicht so? Muxo? Du Hund. Warum hast du das? Hey, diese Lade kann meine sein, wenn ich will. Meine Familie ist groß, nicht Zipi. Was laberst du? Was laberst du? Scheiß Türke. Geh, geh, setzchen, setzchen. Ich bringe dir frisch, ich bringe dir frisch. Ich bringe dir frisch. Ich bringe dir frisch. Schwein. Du Schwein. Ich bringe dir frisch. Ich bringe dir frisch. Hier, Bruder, ich, hier, Bruder. Manjak. Auf dein, auf dein Platz, Bruder. Ich will Luxusplatz, nicht Holzstuhl. Ich will Sessel. Komm mit, komm mit, du Kelb. Bruder, komm mit, du Kelb. Du sagst morgen Schutzgeld, ne, Zipi. Eine Cola möchtest du? Kannst du fangen, kannst du fangen, kannst du fangen? Hier. Ja, du fangen, Arschloch, du. Offen, wenn das nicht, wenn das scheißen schmeckt, ich hau dich kaputt in deine eigene Lade. Du werden sehen. Ich hau dich kaputt. Ich hau dich kaputt. Hey, sie haben alle, Iselan. Was ist dann? Ja, Mann. Hey, ich bin Araber. Ich bin Araber. Und... Möchtest du ein Lach-Majun? Nein. Ob du noch ein Lach-Majun möchtest? Wie viel, wie viel bezahlst du? Lach-Majun 6,50 Euro. Hey, was hat der gesagt? Hab ich richtig gehört? 6,20 Euro für eine. Für eine. Für eine. Für eine. Nicht für zwei. Für eine. Für eine. Nicht für zwei. Lach-Majun. Du wolltest mich verarschen, ne? Der Hund. Bruder, das ist noch von alten Besitzer. Ich bin neue. Dann schreib drauf, neue. Der Hund. Bruder, was da steht für Euro, nicht 6 Euro. Ich bin nur für. Juckt mich nicht. Ist mir egal. Neue Fleisch, neue Fleisch, neue Fleisch, Bruder, wir haben neue Fleisch. Bruder, was für neue Fleisch? Kein Problem. Wir haben Fleisch von Dana-Ete. Nichts Dana-Ete, Maniak. Russen-Schwein. Bruder, hier gibt es kein Schwein. Okay, Bruder, bereg, bereg. Möchtest du ein, bereg? Nein, ich gehe nach Hause. Du abzucke. Bruder, 8 Euro, 8 Euro, bereg. Friseur teurer. Friseur billiger. Okay, Bruder. Schwein. Bruder, Bruder, warte. Du Schwein. Ich merke mit deinem Gesicht. Ich mache die Böre von... Ich merke mit deinem Gesicht. Du werden sehen. Ich mache den Böre von 6 Euro auf 8 Euro. Geh raus. Du werden sehen. Meine Familie. Meine Familie wird hierhin kommen. Meine Familie wird hierhin kommen. Hierhin. Warte, warte. Du kommst nicht raus. Auf diese Bode werden meine Brüder kommen. Du geh raus. Du geh raus. Ich gebe dir kein Geld. Du geh raus. Friseur teurer. Scheiße selber. Rund. Maniac. Geh mal weg. Gib mein Geld. Maniac. Du hast nicht bezahlt. Guck. Leere Teller. Leere Teller. Hier in dein Gesicht. Fresseur nimmt deine eigene Teller. Ich mache dein ganzen Lachmach und Laden kaputt. Ich mein. Ich spuck in den Salat. Hey, noch ein. Abbau ist. Junge. Pisse. Das geht aus. Hey, ich spuck mich an. Pack mich schon mein Bruder. Schon mein Bruder. Gib dein Scherz Teller. Ich klau. Ich klau. Also maniac. Geper. Ich geh in der Theke. Geper. Einladen. Bruder. 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 Rät nicht so. Rät du nicht so. Puh. Puh. Scheißladen. Stuhl und Maniac Alter. Und du. Gabot schon. Das musst du laden nennen. Arschloch musst du nennen. Ein Fleisch schmeckt nach Arschloch. Warte. Warte ab. Bruder. Wir haben neue Fleisch. Rät nicht so. Warte ab. Bruder. Mach nicht so. Leute. Ja, Mann. Nachher. Ich bin vor dieser Laden hier. Die Leute wollen mich verarschen. Aber das ist so hohe Preise. Guckst du hier. Guckst du hier. Sehr guter Preis. Sehr guter Preis. Guckst du hier. Guckst du hier Preise absocke. Drei Euro ein Lachmachon. Absocke. Drei Euro ein Lachmachon. Ein Lachmachon. Drei Euro. Drei Euro ein Lachmachon. Ein Lachmachon. Drei Euro. Der sagt mir 6 Euro 50. Drei Euro. Drei Euro. Bruder. Nichts absocke. Drei Euro. Viel zu viel Euro. Ich werde meinen Bruder schicken. Die werden diese Laden kaputt machen. Guck mal. Er hat mich rausgeschmissen. Ich habe sein Lachmachon auf den Boden geschmissen. So ist ja asocial. Leute. Wenn euch diese Rollplay gefallen hat. Mit dieser arabischen und türkischen Kellner. Wirf noch einmal auf mich. Wenn euch diese gefallen hat. Dann lasst eine Liga da. Bevor ihr abonnieren könnt. Diese Laden hier scheißen. Ich hoffe ihr werdet nie so eine scheißen essen. Und ich wünsche euch eine schöne gesehnte. Bruder. Wartenende. Vegan. Nüsst muss. Du Schwein Junge. Nimm dein selber vegan. Tschüss Leute. Wir sehen uns.